Fulvinsäure, auch Fulvosäure genannt, ist ein Stoff, der entsteht, wenn Mikroorganismen pflanzliches Material im Boden abbauen. Dies ist ein sehr langsamer Prozess, der Jahrhunderte dauern kann. Die dabei entstehende Substanz, Fulvinsäure, ist für die Natur äußerst wertvoll, denn sie hilft den Pflanzen bei der Aufnahme von Nährstoffen und versorgt die Zellen von Pflanzen, Tieren und Menschen mit Nährstoffen. Fulvinsäuren können Stoffe, die in den Körper aufgenommen werden sollen, besser binden, transportieren und freisetzen. Fulvinsäure ist eine wasserlösliche Substanz mit einem niedrigen Molekul A-Gewicht. Fulvinsäure ist ein natürlicher Chelatbildner und Komplexbildner, der die Aufnahme von Substanzen fördert. Die mit Fulvinsäure gebildeten Komplexe werden im Dünndarm schnell und effektiv absorbiert. Ein einziges Fulvinsäuremolekül kann dem Körper mehr als 60 Elemente zuführen. Mehr über Fulvinsäure auf unserer Website.